Die Welt ist riesengroß. Viel zu groß, als dass es immer so weitergeht wie bisher. Ich glaube, eine neue Zeit kündigt sich an. Auf immer und ewig. Meine Damen und Herren, das Reich hat heute Russland den Krieg erklärt. German Cruiser Emden shifts area Indian Ocean. Wir haben einen Eid geschworen. Dort drüben liegt ein alter Schoner. Mit dem werden wir uns bis nach Tinkau durchschlagen.